Auf gepflasterten Flächen, wie zum Beispiel Gehwegen oder gepflasterten Hofeinfahrten, ist Unkraut nur schwer beizukommen. Da das Spritzen gegen Unkraut in Deutschland verboten ist, müssen hier andere Geräte Abhilfe schaffen. Ein Unkrautbrenner oder auch ein Abflammgerät hilft hier schnell und effektiv. Hallo! Heute sprechen wir über den Top 5 besten Abflammgerät-Test. Für weitere Informationen zu den Produkten habe ich die Links im Beschreibungsfeld unten eingefügt. Lass uns anfangen! Beginnen Sie unsere Liste mit Nummer 5. Der Rothenberger Industrial Anwärmbrenner Romaxi Eco ist ein vielseitiges Werkzeug mit einer Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten. Das Set beinhaltet einen 5 Meter langen Propangasschlauch und einen Propankonstantregler, die beide TÜV-geprüft sind. Dieser Anwärmbrenner eignet sich ideal für die chemiefreie Unkrautvernichtung und das Flämmen von Bitumenbahnen. Er erzeugt eine starke Flamme, die Unkraut effektiv bekämpft und Bitumenbahnen schnell und präzise erwärmt. Darüber hinaus kann der Anwärmbrenner für die Europalettenveredelung und Möbelveredelung im Vintage-Stil verwendet werden, um beeindruckende DIY-Projekte zu realisieren. Er bietet auch eine praktische Lösung zum Anzünden von Grills. Ein weiterer Vorteil dieses Anwärmbrenners ist der niedrige Gasverbrauch, der durch die exakte Einstellung der Brennerleistung erreicht wird. Dadurch wird der Gasverbrauch optimiert und Sie können länger mit einer Gasflasche arbeiten. Auf Nummer 4. Der Gasbrenner 58 Kilowatt Unkrautvernichter Brenner Dachbrenner SN0283R2 ist ein beeindruckendes Profigerät mit einer Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten. Das Set enthält einen 5 Meter langen Schlauch und einen Ständer, auf dem der Brenner nach dem Gebrauch sicher abkühlen kann. Dieser Gasbrenner eignet sich perfekt zum Verschweißen von Dachpappe und kann auch als effektiver Unkrautbrenner im Garten eingesetzt werden. Die Flamme ist stufenlos regulierbar, was eine präzise Anpassung der Hitze ermöglicht. Dadurch können Sie die gewünschte Temperatur für verschiedene Aufgaben erreichen. Ein weiteres Highlight dieses Gasbrenners ist der mitgelieferte Gasdruckregler mit einem Druck von 2,5 Bars. Dies gewährleistet eine zuverlässige und konstante Gaszufuhr für optimale Leistung. Die Qualität und Leistungsfähigkeit des Gasbrenners 58 kW Unkrautfernigter Brenner Dachbrenner SN0283R2 sind beeindruckend. Er ist robust, zuverlässig und eignet sich sowohl für den professionellen Einsatz als auch für den privaten Gebrauch. Für mehr Informationen, schau dir die Beschreibung unter dem Video an. Auf halbem Weg unserer Liste auf Platz 3. Das Gloria Thermoflambio Professional Plus Set ist ein leistungsstarkes Gasabflammgerät, das sich ideal für große Flächen eignet. Es kann einfach an eine Druckgasflasche angeschlossen werden, inklusive 5 Meter Schlauch und Druckminderer, um effizient gegen Unkraut vorzugehen. Die Flamme erreicht eine Temperatur von 10000 C, was dazu führt, dass die Zellflüssigkeit der Wurzeln gerinnt und das Unkraut innerhalb weniger Tage vertrocknet. Ein großer Vorteil dieses Abflammgeräts ist seine umweltfreundliche Natur. Es kommt komplett ohne chemische Stoffe wie Glyphosat aus und bietet dennoch eine effektive Unkrautbekämpfung. Einfach das Gerät in einem Abstand von etwa 3 Zentimetern über das Unkraut führen, um einen unkrautfreien Garten zu erhalten. Das Gloria Thermoflambio Professional Plus Set ist auch äußerst bequem zu handhaben. Mit seinem praktischen Haltegriff und einem 94 Zentimeter langen Stab können auch schwer erreichbare Stellen problemlos erreicht werden. Darüber hinaus kann das Gerät auch als Grillanzünder verwendet werden, was einen zusätzlichen Nutzen bietet. Bei Nummer 2 Das Rothenberger Industrial Romaxi Premium Abflammgerät hat mich mit seiner Vielseitigkeit und Leistung beeindruckt. Es wird mit einem 5 Meter langen Propangasschlauch und einem Propankonstantregler geliefert, was die Handhabung und den Komfort verbessert. Dieses Abflammgerät eignet sich ideal für die chemiefreie Unkrautvernichtung und das Flammen von Bitumenbahnen. Es bietet eine effektive Lösung für diese Aufgaben und ermöglicht eine präzise und gründliche Bearbeitung. Darüber hinaus kann das Abflammgerät auch für andere Zwecke eingesetzt werden. Es eignet sich zum Beispiel hervorragend zum Grillanzünden, was besonders praktisch ist. Außerdem kann es verwendet werden, um gefrorene Wasserleitungen aufzutauen. Hier wird die Verwendung der Flammschutzmatte Art Nummer 031051 E empfohlen. Die Qualität des Rotenberger Industrial Romaxi Premium Abflammgeräts ist beeindruckend. Es ist robust, langlebig und zuverlässig. Es bietet eine effiziente Leistung und ermöglicht eine präzise Steuerung der Flamme. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste. Das CFH Abflammgerät PZ6000 hat sich als äußerst nützliches Werkzeug für verschiedene Gartenarbeiten erwiesen. Es bietet eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten, von der Unkrautentfernung bis hin zum Anzünden von Holzkohlegräts. Das Gerät verfügt über eine praktische Piezozündung und einen Sparflammenhebel, der dabei hilft, Energie zu sparen. Es wird mit einem 5 Meter langen Gasschlauch und einem montierbaren Ablageständer geliefert, was die Handhabung und den Komfort verbessert. Mit einem Brennerkopfdurchmesser von 60 Millimetern und einer Arbeitstemperatur von über 1800 Grad Celsius liefert dieses Abflammgerät eine beeindruckende Leistung. Es ermöglicht eine effektive Unkrautbekämpfung und ist auch für das Verschweißen von Teichfolien und Dachbahnen geeignet. Das Abflammgerät kann an 5 Kilogramm, 11 Kilogramm oder 33 Kilogramm Propan-Butangasflaschen angeschlossen werden. Bitte beachten Sie, dass der Druckregler nicht im Lieferumfang enthalten ist. Es wird der CFH Propan-Druckregler 2,5 Bar Dr. 114 Art Nr. 52114 empfohlen. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren unseren YouTube-Kanal. Vielen Dank. Vielen Dank.